So, ich habe jetzt eine Frage an euch alle. Wer ist die wichtigste Person im Leben eines Mannes? Die Mama, oder? Also hier sitzen zwei Mädchen, die man sagt so, die Mama. Es ist so, die Mama. Hey, Mütter sind so wichtig für uns, weil die sorgen sich immer um uns. Die kümmern sich auch immer um uns. Und das ist eine gute Eigenschaft. Das Problem ist nur, das hört nie auf. Egal, wie alt du wirst. Und deswegen, ich muss erzählen, weil es ist wirklich heute passiert. Meine Mutter ruft mich an. Und vor der Aufzeichnung. Und bevor sie irgendwas sagt, das Erste, was sie sagt, ist, Alain, hast du denn genug getrunken? Die hat mir so, was ist denn das für eine Frage? Ich meine, was denkt meine Mutter, was passiert, wenn sie mir das nicht sagt? Wie geht's Alain? Der ist tot. Warum? Verdurstet.